Hallo liebe Schüler, die Zeit vergeht, sie fliegt. Eine Minute hat 60 Sekunden. Eine Stunde hat 60 Minuten. Ein Tag hat 24 Stunden. Eine Woche hat 7 Tage. Ein Monat hat 4 Wochen. Ein Jahr hat 12 Monate, 52 Wochen und 365 Tage. Bei Leistungssportlern rechnen wir mit Zehntel, Hundertstel und Tausendstel Sekunden. Eigentlich lächerlich.